Hartz-Vierlich Willkommen zu einer klitzekleinen neuen Produktplatzierung auf meinem Kanal. Freunde, wir spielen heute zusammen eine Runde Shakes und Fidget. Und ja, es ist glaube ich acht Jahre her, dass ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Es hat sich viel verändert, es sieht super krass aus. Der zehnte Geburtstag steht vor der Tür. Mann ist kreis ein alter Mensch. Aber ihr seid alle noch jung, spritzig und voller Energie. Und deswegen, wenn ihr Lust, Zeit, Energie und genug Spritz habt, um mich zu unterstützen, dann, Freunde, in der Videobeschreibung, wie immer bei solchen Formaten, ein hübscher Link, den, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den gerne benutzen. Dann pusht ihr den Kreisel-Kanal auch nochmal so ein bisschen finanziell mit. Und das wäre natürlich super geil, weil mehr ist immer mehr. Und dann gibt es auch immer mehr. Ihr wisst, wie das ist. Und ja, im Voraus schon mal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das ist jetzt quasi meine erste Folge. In der nächsten Folge, Freunde, wir feiern auf jeden Fall nächste Woche zusammen, den zehnten Geburtstag von Shakes und Fidget. Und ich sage das jetzt vor dem Video, weil am Ende des Videos sind die meisten Leute nicht mehr da. Und dann gibt es nächste Woche nochmal zehn Keys, die wir dann nächste Woche verlosen. Da gibt es dann 250 Pilze für zehn glückliche Gewinner da draußen. Und wir erstellen jetzt jetzt erstmal zusammen einen Charakter. Das habe ich schon mal so eine kleine Vorauswahl getroffen. Und ich habe irgendwie Bock auf einen Magier. Ich weiß, jetzt werden Leute sagen, ach Magier und so. Aber guck mal, ich bin nicht stark geschickt. Ich habe vorhin das hohe Alter angesprochen. Ihr wisst Bescheid. Das geht dann mit den Jahren auch verloren. Aber die Intelligenz, die Ausdauer und das Glück sind hoch. Und das passt eigentlich bei Kreis wie fast aufs Auge. Und deswegen machen wir uns einen hübschen Magier. So, dann noch hier die Information. Freunde, die internationale Spielwelt 34 ist quasi heute gestartet. Am 14.06.2019 um 16 Uhr. Da ist Platz. Also wenn ihr mit Kreis ordentlich mal eine Runde shakesen oder fitschen wollt, dann kann ich euch hier nur internationale Welt 34 empfehlen. Wenn wir da ein paar Leute draufziehen, wäre das halt geil. Weil, ähm, jetzt weiß ich natürlich hier nicht so genau. Ich brauche ja Ausdauer und Glück brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so, ne? Soll ich jetzt einen Gnom nehmen? Ich meine, so ein Zauberer ist doch eigentlich, also so Goblins, eher so Dunkelelf, oder? Geht halt noch ein bisschen Stärke flöten. Ah, aber mehr Geschick. Oder nehmen wir was, was Stärke macht. Da geht die Intelligenz ein bisschen runter. Ach komm, was soll's. Dann nehme ich doch mal hier so einen erotischen Org-Magier, oder? Der ist doch eigentlich, sieht das doch gar nicht so, äh, Sie sind zwar bildungsfern, haben mit Vorurteilen zu kämpfen, aber da ich ja die Grundklasse... Ich mach das mal. Ich weiß nicht, ob das super schlau ist, das zu machen. So, ich würde sagen... Oh ja, hier, der sieht ein bisschen so, äh, äh, 24 schon vorbei. Ja, ein paar hübsche Ohren hier. So ein Org-Magier. Ich bräuchte aber, wie kann ich denn... Ich bräuchte das... Ich hätte gerne das Gesicht so ein bisschen dünner. Geht das nicht? Nee, ne? Geht leider nicht. Der sieht halt einfach aus wie ein Org. Hm, will ich ein Org haben? Nee. Ach, komm. Dann nehm ich hier. Ich nehm Elfen. Ich will einen mit nem dünnen Gesicht, ist mir egal, was der kann. Krasser Elfen-Magier. Ich mein, hallo, was geht ab? Ohrringe hat er auch. Guckt euch den an. Alter, das wird der Ober-Berserker-Magier auf dem Kanal hier auf Spielwelt 34. Ah ja, aber hier, der fragende Blick, genau so. Das ist, wenn ich mit Kies zusammen... Nächste Woche zocken wir auch eine Runde mit Kies schon zusammen. Ja? So ein bisschen Podcast-ähnlich, ein bisschen daddeln, ein bisschen quatschen und dann halt zehn Jahre Shakes und Fitsche zelebrieren. Das wird auf jeden Fall auch ganz lustig, ne? Wie gesagt, wer es schon wieder vergessen hat, es wird nächste Woche ein paar Codes für euch geben. Äh. Also verpasst das nicht, Leute, ne? Verpasst das nicht. So, wie soll er denn heißen? Habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht. Irgendwas mit Kreis, oder? Äh. Boah. Kreisolini, oder? Ist doch geil, wenn er um die Ecke kommt und sagt, ich bin Kreisolini, der Zauberer-Magier mit meinem dicke Stab. Okay, das ist gut, das passt. Wunderbar. Also, Elfen-Magier, die Meisterklasse, jeder kennt sie. Wir speichern den... Hi, mein Name ist Shakes. Au, hi, Shakes. Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Och, geht. Lass uns in die Taverne gehen. Okay, pass auf. Das, ähm, ein bisschen kenne ich mich noch aus. Ein bisschen kenne ich mich noch aus. Was ist das? Ich weiß nur nicht, was das hier ist. Was ist das? Ich klicke mal drauf. Okay, es ist nichts passiert. Äh, Gilde, Post habe ich nicht, oder? Habe ich Post? Ne. Leute. Schick dem alten Kreis doch mal ein bisschen Post. Das wäre doch mal was. Gilde haben wir auch noch nicht. Vielleicht werde ich mit dem alten... Für bestandene Abenteuer erhältst du Gold und Erfahrung. Okay. Sprich gleich den Auftraggeber am Tisch an und such dir ein... Alles klar. Das ist ein Auftraggeber. Was ist mit dem da hin? Hier scheint mir ein helles Köpfchen zu sein. Oh, nein, nein, nein. Wir fangen nicht wieder mit Glücksspiel an. Willkommen bei der Nachtwache. Äh, ist hier Anspruch? Okay, was? Irgendvolle Pflicht. Dann ist hier selbstverständlich für solche Aufopferung belohnt. Hm, das braucht es ja noch nicht. Sag mal, Kumpel. Willst du nicht erstmal was tun, bevor du dich hier volllaufen lässt? Ja, hallo. Mein Gesäff macht müde, Helden. Ach so, okay. Okay, da kann man sich dann ein bisschen Abenteuerlust wieder antreten. Da bist du, ja. Okay. Während eines Abenteuers kannst du dich im Waffen- und Zauberladen ausrüsten. Ach, sehr gut. Bessere Gegenstände helfen dir, schwierigere Aufgaben zu bestehen. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Du solltest so schnell es geht eine komplette Rüstung und eine gute Waffe haben. Achte dabei auf die Werte. Es gibt täglich neue Ware, auch im Zauberladen. Zaubertränke solltest du regelmäßig erneuern. Okay, das tut mir jetzt leid, ne. Nicht schimpfen, dass ich da den einen oder anderen Satz übersprungen hab, aber ich schätze, dass die meisten von euch dieses Spiel schon kennen. Ich mein, das ist zehn Jahre da draußen unterwegs, dieses Spiel. Und da ist fast jeder mal drüber gestolpert irgendwie. Und ich mein, damals gerade bei der großen World of Warcraft, Shakes and Fidget Comic Zeit und so, ne, das war noch so meine Zeit. Ganz damals. So, hier kann ich, das kann ich jetzt für Geld aufwerten, oder was? Okay, aber ich hab ja schon mega Glück und Intelligenz haben wir auch schon mega. Schaden minus 24. Was, wenn ich das jetzt aufwerte? Wie viel hab ich denn? 25 Pfennig. Okay, ach so. Okay, das heißt, ich muss hier so ein bisschen die Balance finden, ja. Hier gibt's Sandalen, Einweghandschuhe. Sind die nur für einmal, oder was? Und was bringt eine Kordel? Rüstung plus eins. Wie sieht meine Rüstung aus? Gar nichts. Es gibt alles Rüstung plus eins hier, oder was? Ne, da gibt's schon Rüstung plus zwei. Das ist eine gute Kordel. Kann ich die kaufen? Muss ich die da draufziehen dann, oder was? Ah, okay. Geil. Guck mal, jetzt haben wir schon mal wieder, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Rüstung. So, Chrysolini geht zurück. Was ist das hier? Okay, wow. Wow. Also, verbirg deine Wunden. Alles klar, 71 Erfahrung. Zehn Ehre. Alter. Richtiger Ehrenbruder. Wie ich sehe, kommst du gut zurecht. Hol dir im Stall ein Reittier, um schneller voranzukommen. Alles weitere entdeckst du am besten auf eigene Faust. Viel Glück. Geile Scheiße. Okay, cool. Siehste? Die appellieren einfach an meine hohe Intelligenz. Willkommen. Huh, Alter, was ist mit dem denn? Warum freut er sich so? Kuh. Ein Dollar. Ein Kuh kostet einen Dollar. Alter, ein Pferd ist teuer. Tiger ist ultramännlich. Aber hab ich nicht. Laufzeit 14 Tage. Reisedauer ist dann minus 30 Prozent, minus 20. Okay, verstehe. Aber ich hab leider keinen Dollar für dich. Es tut mir sehr leid. Also, ich muss noch irgendwie in die Taverne gehen. Alter. Da ist ein Goblin mit einem Brett. Hey, psst. Willst du ein A kaufen? Ist der Graf Zahl oder was? Was soll dir Spione geben? Aber viel wichtiger ist, ich hab jetzt eine ziemlich besondere Geheimaufträge. Vielleicht bist du ja okay. Leute, wir entdecken das Spiel jetzt heute in der ersten Episode zusammen. Wie gesagt, für mich ist es neu. Vielleicht ist es für manch anderen auch neu. Aber wenn ihr Bock habt, unten in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid und so. Ihr wisst, ich muss das sagen. Nein, muss ich eigentlich nicht. Aber wäre halt geil, Freunde. Ich bin auch nur ein alter Mann, der gerne zockt. So, eine leere Kiste Gold. Gold. Okay. Hast du etwas Zeit? Du musst diese leere Kiste Gold in die rottenen Lande überstellen. Okay. Aus Wahrhaftigkeit. Kannst du jetzt zumindest versuchen. Belohnung. Eine Minute. Ich nehm das mal an. Das dauert jetzt eine Minute oder was. Und dann guck ich mal hier. Du kannst andere Spiele angreifen, während du auf Reisen bist oder arbeitest. Schließ dein Abenteuer ab. Ach so, okay. Also, noch will ich mich mit jemandem anlegen. Ich kann nämlich noch nichts. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Wie sieht's denn aus? Einweg-Handschuhe. Ich will jetzt noch nicht so viel Kram kaufen, weil eigentlich bin ich ja noch relativ stark. Also, ne? Soweit's dann knapper wird, kann man sagen, hey, ne? Kann ich dir helfen? Ja, vielleicht kannst du mir helfen. Das wäre super. Nee. Guck mal hier. Der Quietsche-Entchen-Ring des Grobmotorikers. Der macht zwei Geschick dazu. Das heißt, ich krieg mehr Ausweichen. Hm. Die Seefahrerkette des Spekulanten. Ah. Mehr Glück. Aber ich hab schon super viel Glück. Ich mein, fast 40% kritischer Treffer. Steht da was dazu? Stärke für Krieger, Kampfmagier und Berserker. Okay. Kundschafter und Assassinen, Intelligenz für Magier. Okay. Und Ausdauer erhöht die Lebensenergie. Das heißt, ich hätte vielleicht gerne mal was, was ein bisschen Ausdauer macht. Intelligenz. Erlaubt ihr jeweils ein Abenteuer zu überspringen? Alter. Das kostet aber 10... Ach, 1,20. Hm. Also ein bisschen Ausdauer wäre halt jetzt erstmal geil, ne? Dann gehen wir erstmal gucken, was hier so passiert ist. Level 2 erreicht. Na gut, das ist klar. Das wird jetzt gerade am Anfang, ne? Aber der Bengel hat noch Abenteuerlust. Hab ich einen Pilz bekommen? Ich hab einen Pilz bekommen. Ich brauch aber Kohle, Leute. Ich brauch... Da bist du ja. Was ist das denn hier? Der Troll mit dem Schatten? Das dauert dann länger, oder was? Ah, okay. Okay, cool. Und da krieg ich Sandalen. Und hier krieg ich so einen Mantel, oder was? Oh, ich nehm das mal an. Dauert zwar auch wieder eine Minute, aber macht ja im Allgemeinen nichts, ne? Wir werden auf jeden Fall mal hier... Was ist das? Der Charakter wurde nicht gesichert. Klicke zum Sichern auf das Ausrufezeichen. Okay. Ja, das mach ich dann über Steam. Freunde, wir zocken das Spiel übrigens über Steam. Ja. Das ist... Auf Steam heißt es dann Shakes & Fidget Remastered. Ist aber auch ein Link in der Beschreibung. Bei mir funktioniert auf jeden Fall alles ganz gut. Bisher keine Probleme gehabt. Wir sind hier auf Int34. Ich erinnere euch. Nicht nur immer zwischendurch dran, ne? Falls einer irgendwie jetzt gerade einschaltet. Ich weiß, das ist kein Live-TV. Aber manche spulen ja auch ein bisschen hin und her und so. Ja, wir müssen versuchen, da irgendwie alle Gelegenheiten irgendwie abzudecken. Ja? Falls jetzt einer sagt, oh ne, was ist denn da los? Kenne ich schon, spule ich vor. Zack, kommt der genau an diese Stelle und denkt sich, wow, guck mal, die reden über mich. Wisst ihr, was ich meine? So, Pilze wollen wir nicht kaufen. Ich brauche... Im Moment brauche ich keine Pilze. Im Moment geht es mir ganz gut. Wenn ich mal wieder Lust habe, irgendwie abzuschweifen. So, der alte Nachtdruck. Ich habe doch keine Chance. Da kriege ich auch direkt einen Morgenrock. Den ziehe ich mir doch gleich mal an hier. Morgenrock. Der gibt noch ordentliche Rüstung. Oh, komm, der ist gratis, ne? Dann habe ich da irgendeinen alten Mann im Wald weggenommen. Ja, macht der jetzt keinen Unterschied. So, guck mal, ein Dollar 19 habe ich. Ein Dollar 19. Kriege ich dafür schon was? Eine Kuh. Komm, ich lese mal eine Kuh. Alter, 14 Tage Kuh geliest. Reisedauer minus 10%. Das ist nicht schlecht. Klar, ich weiß hier... Oh, die macht ja muh. Ach so, man kann... Oh, Kreis. Die Kuh macht muh. Gut, dass du das mit fast Mitte 30 auch schon gemerkt hast. Um einen Dungeon zu betreten, benötigst du den passenden Schlüssel. Ah, okay. Vielleicht findest du ihn bei einem Abenteuer, wenn du soweit bist. Es lohnt sich die Besonderheit. Okay, alles klar. Wow, cool. Aber wir haben noch keine Dungeons... Dungeonschlüssel. Das ist ein schwieriges Wort. Dungeonschlüssel. Hier kannst du deine eigene Festung erbauen. Oh, cool. Das bringt dir Erfahrung und Edelsteine, mit denen du gesockelte Gegenstände verbessern kannst. Oh. Bis dahin wirst du einige Schlachten gegen Mitspieler zu schlagen haben. Okay, also ich muss Leute, oder was? Platz für Arbeiterquartier. Platz für Kaserne. Kosten 40. 20 Holz. Okay, das muss ich alles... Oh Gott, okay. Cool, also kommt da noch ein bisschen mehr auf mich zu, als ich dachte. Ist mir mein Ruhm vorausgeeilt, oder war ich zu schnell dafür? Na, du warst schon ziemlich schnell. Guck mal hier, 150. Aber 96. Hier gibt's fast einen Dollar. Der Cowboy. Ja, komm, nehmen wir noch an, oder? Nehmen wir noch an. Arena, ach so, Arena geht ja sowieso nicht. Hm. Jetzt hier im Waffenladen noch was. Sandalen geben halt Rüstung und so. Aber... Ja, mein Geld, mein Geld, Leute, ne? Was kann ich denn hier noch alles? Hier sind ja voll viele Sachen drin. Ehrenhalle, Ehre 30. Besser als 27,36 Prozent der Spieler. Was? Okay, vielleicht ist auf dem Server noch nicht so viel los, Leute. Kommt vorbei, hier könnt ihr die Besten sein. Ja. Kreisolini auf internationale Welt, 34. Das ist er. Das ist er, der alte Kreisolini. Sieht fast aus wie ich, nur älter. Aber ist ja auch nicht schwierig. Ich mit meinen jungen Jahren. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Zauberer. Das heißt, dass ich Magier bin, oder was? Weil da nichts angezeigt wird. Hm. Naja, okay. Gut, meine Coup ist noch am Start. Kann ich jetzt auch upgraden auf irgendwas, oder? Der bringt mir halt Geschick, Intelligenz. Ja, Geschick ist halt schon geil, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten, oder was? 19, was kostet der? Das ist eine Wahnsinnspreise. Was ist das da? Eine alte Sackrate. Eine alte Sackrate habe ich erledigt. Sehr geil. Es gibt Wichtiges zu erledigen. Oh, ja, romantische Stimme hier. Stell die Ware zwischendurch nicht auf den Boden, dann hast du verloren. Ist das soweit angekommen? Guck mal, es dauert nur 30 Sekunden, gibt aber 300 XP. Das ist ja mega. Schöne Artworks und so. Es hat sich auf jeden Fall krass gemacht, so, ne? Wie gesagt, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. So, ich habe ja früher schon gelebt. Und, wie gesagt, da habe ich das auch schon mal gespielt. Und dann hat sich das irgendwie so, ne? So als Browser-Game habe ich das gezockt. Jetzt gibt es das halt bei Steam. Und, ähm, ja. Ich habe schon ein paar Mal geliebäugelt, gebe ich auch zu. Aber dann immer gedacht, okay, das ist halt mit der Zeit und so. Aber irgendwie, wenn man dann erst mal drin ist und angefixt, so, dann ist es dann doch schon, äh, gar nicht mal so schlecht. Klar, die Animationen sind jetzt rar und so. Aber wir warten mal ab, ne? Ne, Freunde, nächste Woche gibt es 10 Jahre Geburtstag Shakes und Fidget. Und es wird ganz viel coolen Kram geben. Und 10 tolle Überraschungen. Und 10, äh, 250 Pilzekies habe ich dann auch für nächste Woche und so. Also, ne, verpasst das nicht, Leute. Verpasst das nicht. Ich überlege, ob ich dann bis nächste Woche noch eine Gilde gründe, in der wir uns dann so, hättet ihr da Bock drauf? Hätte einer Bock drauf, so in die alte Kreiselbande einzutreten oder so? Ja, wenn ihr Bock habt und... Auf der Suche nach einer Aufgabe? Für einen hübschen Namen oder so. Ach, guck mal, hier gibt es so Sandalen. Alter, guck mal hier. Rüstung, Intelligenz. Alter. Ja, im Schatten der Cobra. Woran sehe ich denn vorher, wie gut der Gegner ist? Das sieht man nicht, ne? Das kann man nicht sehen, oder? Dass ich jetzt dann, ich trete dann gegen den an und könnte eventuell auch sterben, oder? Werde ich noch rausfinden. Werde ich noch rausfinden, Freunde? Oh, Glücksrad. Wie kann man denn das Glücksrad benutzen? Komm täglich her, denn ein Dreh am Tag ist frei. Okay. Weitere Drehs kannst du mit Pilzen und Lucky Coins machen. Lucky Coins bekommst du in der Taverne bei der fliegenden Flimmerkiste. Okay, ich brauch die fliegende Flimmerkiste, oder was? Jetzt frei drehen. Mama, Kreis dreht wieder frei. Was ist das? Fragezeichen? Gold, Holz, Buch, Stein, Gold, Pilz. Naja, hier 13 Pfennige da, ne? Okay. Und wieder ein Aufschlag. Junge, und einen krassen Stoffgürtel. Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich da mal eben hin und den tauschen? So. Und den kann ich jetzt wieder verkaufen, oder was? Was brauchst du? Kann ich den? Jawoll. Guck mal, Alter, ich habe schon fast 2 Dollar. Ich bin der reichste Magier auf International 34. Ach, warum habe ich da jetzt draufgeklickt? Ja, geile Scheiße. Freunde, Shakes and Fidget. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann Link in der Beschreibung. Wäre super geil. Gibt es auch einen Kuss auf die Kniekehle vom Alten Kreis. Wäre ich euch sehr dankbar. Und nächste Woche, Shakes and Fidget am Samstag, glaube ich. Ich glaube, am Samstag ist das. 22. Am 22. kommt auf jeden Fall das große Geburtstagsvideo. Und ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr. Je nachdem müssen wir mal gucken, wie wir das aufgenommen bekommen. Dann vielleicht mit Keysjaw. Und dann aber auf jeden Fall, was ich versprechen kann, sind 10 Keys, die wir dann da verlosen. Unter dem Video, im Video, beim Video, neben dem Video. Auf jeden Fall gibt es 250 Pilze, 10 Mal. Das habe ich auch noch gestellt bekommen. Und ich habe auch noch einen Code für Pilze. Den muss ich aber noch auftanken. Und nächste Woche sehen wir uns auf jeden Fall mit einem viel, viel stärkeren Kreisolini wieder. Und klingt eigentlich wie eine Nudelsorte. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich wie immer für eure Unterstützung. Ja, sehr geil. Best Community EU West und so. Jugendsprache angewendet. Wird auch okay abgehakt. Jetzt kann ich zufrieden das Video beenden. Alle meine Punkte sind erledigt. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode von Shakes & Fidget. Nächste Woche am 22. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao.